Musik Jo Leute, was geht ab und dann? Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute, ja, wieder in der Online-Meisterschaft, diesmal Frankreich und ja, wir versuchen wie immer eine gute Runde hinzulegen Mal sehen, wie es uns klingen wird Und welche Position? Zweiter, Zweiter Nice Oh, schon toll, sie kann man Musik 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 Kriegen wir hin Sie kam start Weil es so ein Ballenbruch Ich bin schon mal besser weggekommen als Fette Ich lasse dir Platz Ich bin auf P3 zurückgefallen, wegen Hamilton Ich muss bei dem Start echt mal mehr Gas geben, aber ich habe Angst mich zu drehen Ups Oh, Reiköhn Danke Tschüss Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen intra Komm kommen kommen, jetzt aber Ja, da siehst du dann auch kaum aufhoch das ist ein Virtual Safety Car Oha, die beiden machen grad so viele Fights, Alter Die machen so krass Fights Da kann ich nicht vorbeiziehen Okay, ich mische mich mal ein Ich mische mich mal ein Oha, oha, P1, P1, P1 No, God, please, no, no Gutes Manöver von mir grad gewesen Ja, die beiden waren grad in nem Fight Und ich hab mich einfach dazwischen Reingemogelt, mehr oder weniger guck hier das ist so wie letzte runde das ist so wie letztes rennen das ist das ist so lustig das ist so wie letztes rennen so du kommst in kanada richtig gut klar und man merkt das auch und hier ich komme in frankreich gut klar und hier merkt man es auch wieder ich finde es interessant wie man das immer also gut merken merkt ob einer von uns auf einer strecke gut klarkommt bei der ersten tendenziell er Oh, jetzt waren die alle in die Box. Jetzt komme ich wieder auf meine ursprüngliche Position, also naja, fast P2, Alonso ist halt nach vorne. Oh nein, ich habe gerade meinen Ballen überschätzt, bzw. die Situation. Ich habe gedacht, ich kann da noch mal Vollstatt gehen, aber da kam schon direkt die Nüsse. What the fuck? Trotzdem noch eine schnellste Runde. Hat wohl nicht so scheiße gelaufen, alles klar. Also, wenn wir mal besser aufgehen, können wir aufhören, nochmal verordentliche. Also, ich habe noch mal gehört. Also, die Sitzung sehe ich auch schon ein bisschen. Das ist ja fertig. Das ist ja so einfach. Ich habe noch einen Hydra lens. Ich habe noch keine Schmerzen, müssen Sie sich gleich noch aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020